Hier sehen Sie den Strand, der ist traumhaft schön, mit einem großen Steg, schön feinsandig, im Moment sind halt keine Liegen da, aber im Sollen sind da auch Liegen. Da kann man halt wunderschön, super liegen und hat hier auch eine schöne Gartenanlage mit dabei, ein Kindereck, hier nebendran sehen Sie noch das Adam & Eve und hier rüben das Spice Hotel und das schauen wir uns jetzt als nächstes an, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Jetzt haben wir unser Hotel ziemlich durch und dann gehen wir da rüber und schauen da einfach nochmal nach dem Rechten.